Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Wohnen Sie in der Stadt Bern, dann nutzen Sie eine Quartierparkkarte, die in Ihrem Quartier gültig ist. Es gibt verschiedene Parkkartenzonen. Sie können auf allen Parkplätzen parkieren, die mit dem Schild mit Parkkarte unbeschränkt gekennzeichnet sind. Sie können eine Quartierparkkarte online mit dem Webformular bestellen. Sie finden den Link zum Webformular unter diesem Video. Brauchen Sie Unterstützung beim Ausfüllen, dann rufen Sie uns an. Sie finden unsere Nummer in der Box Zuständige Stelle, neben oder unter diesen Videos. Sie können die Parkkarte auch vor Ort bei der Orts- und Gewerbepolizei der Stadt Bern kaufen. Unsere Adresse und Öffnungszeiten finden Sie ebenfalls in der Box Zuständige Stelle, neben oder unter diesen Videos. Entspecchen Sie aber auch vor Ort bei der Orts- und破 envirschaften können Sie eineant entstandene Kraft auf dem Bundeskarten. recuerden im верх Options Checks- und Öffnungszeiten finden Sie eine Sprache über Tagesordnung.